Artists in Residence beim Bachfest in Leipzig zu sein, ist für mich eine riesige Ehre. Ich freue mich über die zehn Tage, die einfach großartig sein werden. Es gibt so viele Konzerte, die wahnsinnig interessant sind. Aber Bachfest ist nicht nur das musikalische, sondern es ist auch ein Treffen von vielen Musikern von der ganzen Welt. Arminische Musik und Bachkantaten passen eigentlich ganz gut zusammen. Sie haben beide eine gemeinsame Wurzel, das ist die Spiritualität und die Religion. Untertitelung des ZDF für funk, 2017